Ein oder zwei Ressource Collector? Ja, die sind relativ schwer, ne? Aber ich würde... Zwei machen, dann passt da auch mehr rein. Du kannst, äh... Hier, wegen einer an der Seite, der wird sowieso nie befüllt, den kannst du benutzen. Den von dem Panzer hier noch, warte, ich hole den mal. Den ist hier noch an der Seite. Den hast du schon, ich hole mal grad den von dem Panzer. So bleiben. Ich stell ihn dir grad hier hin. Ich brauche mehr Holz. Kein Holz mehr da? Nee. Dann müsste irgendwann nochmal große Bäume suchen gehen. Ja, nur dafür bräuchte ich ein Holzfäller-Auto. Ja, das gibt's nicht mehr. Und wie fällt man dann demnächst Holz? Hinten dann das Ding, kommt wieder ein Sägeblatt einfach dran. Ja, okay. Aber hier ist noch Holzstufe 1. Und Stein. Verarbeitungsstein? Kannst du auch aus Stein bauen, da sind noch viele Steine drin. Ach, Scrapwood ist hier. Warum brauchst du unbedingt Holz? Gehen noch Steine? Steine geht auch. Da sind noch 1000 Steine. Nee, Steine. Der Rest wird jetzt Stein. Scheiß drauf. Ja, Beton, weil du kriegst halt dann ganz viel Beton pro Stein. Du brauchst halt nur Chemikalien. Ja, dann müssen wir wieder Chemikalien holen. Naja, du kriegst eigentlich weniger Beton pro Stein, oder? Fünf Steine, zehn Beton. Du musst halt immer immer Wasser und Chemikalien dazu geben. Ach so, zehn Beton. Stimmt. Ja, Chemikalien haben wir aber nicht mehr. Nach der Hinfahren ist jetzt doof. Übrigens... Du willst so einen Verarbeiter auch da mit drauf haben, ne? Weiß ich nicht, muss das unbedingt? Also wenn du Platz dafür hast, dann mach den da drauf. Aber wir haben keinen mehr, glaube ich. Will ich jetzt einen von hinten abbauen, den können wir später wieder dran machen. Kannst du auch machen, ne? Ihr solltet übrigens den Panzer da wegnehmen. Ja, guter Hinweis. Der andere ist... Der ist sonst gleich weg. Also weg nicht, aber hat ein paar Löcher. Du hast es gerade, ne? Hm? Du hast die Kiste hier geschoben, ne? Ja. Pack mal alles, was da gerade drin ist, nach vorne in die andere. Hm, hm, hm. So. Gut. Dann machen wir erstmal Deep Pins. Ja. Wir bräuchten ein Pumpen-Auto. Das ist aber schief. Schief ist aber ekel. So ein Auto einfach mit einer Pumpe und drei Truhen dran. Oh, ich nehm wieder die Insel. Ja, stimmt. Ich kann ja theoretisch den Panzer noch erweitern. Ich mein, der hat jetzt nicht wirklich viel außer einen Ressource-Collector, den Stubi abgebaut hat. Ja. Oh, wow, wow, wow. Das war nur eine Menge. Oh, ne Menge. Nein! Wo kommen wir denn nicht rum, denn? Ich bin da. Ich schieße einfach von der Seite da rein. Ich werde schon irgendwen treffen. Ah, da hat einer durch. Ah, geh weg. Von der kleinen Insel kommt er da verändern, ne? Nee, ich hab einen. Sind die alle durch? Jo. Was? Wo sind sie durch? Oh, an der Seite. Nein! Ist er weg? Sie haben den Ding umgeworfen. Doch. Sie hat sich durchgepfügelt. Hä? Wo, wo bin ich da? Oh, hier. Ja, ich sehe wo. Gut. Treffer reden wir am Tag wieder. Alter. Wow. Die Typen sind doch echt... Haben sie die... Okay, die anderen sind noch eine. Oh, so viele Circuit-Bots. Ja, Circuit-Bots. Das sind ein paar Component-Kids diesmal auch dabei. Ich hab eins oder... Also eins hab ich grad schon eingesammelt. Und ich komm mal mit dem Resource-Collector und nehm mir die ganzen Arme mit. Ja. Ja. Ein paar Pflanzen sind es kaputt gegangen, aber es waren nur Kartoffeln, oder? Ja, ich glaub da waren nichts. Das ist nicht so schlimm. Gut. Dann weiter hier. Äh... Wie brauch ich jetzt diesen Käfig? Ich... Ja, eigentlich muss das Auto schon so breit sein. Weil der Käfig ja so breit sein muss. Und der wird ja ausgeklappt. Regen... Muss ich... Immerhin kriegt man so gut Scrap-Metal. Gut. Ach, da hinten sind auch noch welche. Ja. Das Auto muss eigentlich so lang werden, damit der Käfig halt auch dran passt. Zack. Ich spürst du nicht, dass das schief ist? Das ist total gerade. Auf jeder Seite. Es ist unsymmetrisch. Es ist unsymmetrisch. Weil der die unsymmetrisch ist. Mhm. Ne, es ist nicht, oder? Hier ist es ja auch nicht unsymmetrisch. Ich hab's halt mit dem Grün so... Genau so rumgepackt hab ich's immer. Aber ist ja egal. 1... 2... 3... 4... 5... Wir müssen dann unser, äh, Dings wieder aufstellen, am besten. Ja, jetzt passt es. Ach, kriegt ihr das hin? Ich schau mal. Ne, jetzt passt es nicht. Die haben wahrscheinlich nur einen Block durchgehauen, oder? Kann sein. Äh, zwei von beiden Seiten. Ach, beide Seiten. Ach, wo alles dran war. Okay. Boah, wieso ist denn das da oben abgefallen? Das ist jetzt so nicht. Ach, das kann ich dir nicht sagen. Ganz geht's nicht. So. Ich spür mal das hier mal. Äh, so. Ich brauche ein... Wieso hab ich zwei Hölz-Paket? So, soll das Ding mal erstmal... Pistons. Stimmt. Hatten wir nicht mal vier Pistons? Ich geb mal schon mal Löcher flicken hier. Ich glaube, wir brauchen eine bessere Mauer. Das kann gut sein. Aber wir sollten nicht ganz so viel gleichzeitig anbauen. Wir brauchen auch die perfekte Panzer, oh Gott mal. Was ist das? Oh, nicht viel. Und das wird das Stein-Auto? Alter. Sieht gar nicht übertrieben aus, oder so. Eigentlich brauche ich vier Level fünf Pistons. Ich weiß noch nicht ganz, was du mit dem Rahmen hier drum machen willst. Was ist das da werden soll? Ey, ich teste den gerade. Äh, ich muss den Rahmen ja... Ne, ich brauche den ja gar nicht ausfahren, ne? Ey, das ist super schrecklich. Du verstehst halt gerade nicht. Äh, doch. Äh, dieser Käfig, ne? Aha. Der wird über das Steinvorkommen gestülpt. Und dann rangezogen an die Bohrer. Ja, aber du hast den Käfig an den Bohrern befestigt. Von daher kannst du die... Nein, das wird nicht der Käfig. Der Käfig ist noch gar nicht dran. Jetzt überlege ich, das brauche ich ja jetzt... Das baue ich ja jetzt gerade erst. Haben wir noch ne Pumpe? Ähm... Die ist auch kaputt gegangen. Hä? Die ist auch kaputt gegangen. Ne, die Pumpen unten sind okay. Okay, nur... Äh... Ich bräuchte halt eine gleich für das Dings Auto. So. Äh... Dass ich Chemikalien holen kann. Und ich müsstest du eine bauen. Schau ich mal... Gleich... Äh... Ich stell das Ding erstmal wieder hin. Äh... Äh... Wo habt ihr dieses rostige Metall hingetan? Äh... Irgendeine Kiste. Braucht. Achso. Ja, nehm ich Beton. Oder so. Oder Stein. Teuer ist es ein Pisten zu craften. Ich bin doch schon so viele Pisten. Ach, das ist sowieso... Ne, es waren nur drei. Ich brauche eigentlich vier auf höchster Stufe. Ich muss... 30 Blöcke, äh... Schieben. Also... Höchstes Level macht 15. Äh... Das wird... Sehr viele Ressourcen fressen. Oder ich upgrade die, die wir schon haben. Aber wir haben keine Corporate Kits dafür. Wir haben nur noch drei... Kann ich noch drei weitere Pistons machen. Aber Rogue braucht gleich auch ne Pumpe. Naja. Für was denn? Für was denn? Zum Pumpen. Chemikalien ohne und so. Ja, aber ohne Pistons kein Käfig. Ja. Aber ich glaube Rogue braucht eine Pumpe gerade mehr als du. Vier maximal aufgepowerte Pistons. Hm. Warum klaust du nicht einfach die Pumpe Rogue von dem Wasser-Ding hier unten? Stimmt. Kann ich auch eigentlich eine von mitnehmen. Also das ist hier grad voll. Hä? Irgendwie sowas passt da nicht. So ganz. Hm? Ich nehm das mal weg. Oder war das einfach nicht? Warum ist es so weit oben? Weil ich da jetzt Reifen drunter machen muss. Sieben, vierzehn, einundzwanzig. Neun, achtzehn, siebenundzwanzig. Wenn wir einen Great kosten, auch zwei. Hä? Okay, dann haben die hier mehr als ein Block runtergehauen. Entweder das oder irgendwas ist hier sehr komisch. Ach, jetzt haben wir mehr Coop wollen. Das geht's auf einmal drinnen. Ich bin reingetan. Wir brauchen große Reifen für das Ding. Äh, wir brauchen Holz. du musst es so bauen dass die bohrer so ein block über dem boden sind am besten damit nichts drunter her flutscht man die bohrer dann nicht tiefer bauen was liegen wir auf ist die bohrer tiefer bauen die sind so tief wie es geht ich habe extra den rahmen da gezogen temporan angeklatscht oder was meinst du willst sie noch tiefer so ich möchte das möglichst wenig fläche liegen kann wenn wir irgendwo da sind also das was tief muss und die bohrer der rest also die gesamte mittelplatz beispielsweise ist ja noch möglichst viel bodenfreiheit haben jetzt habe ich verstanden dann machen wir hebebühne bitte hoch haben wir noch mit halle ich glaube das passt jetzt wieder keine räder du machst aus scrap metal halt muss dann nur die verbindung gerade wieder neu ziehen zu den wassertanks so jetzt besser dass wir hier wie ein zu tief aber ich kann theoretisch auch die reifen noch weiter nach unten setzen so ich breche ich muss gleich erstmal reifen setzen das weiß ich nicht wie tief das sein kann level 1 pisten das ist level 2 pisten ich hab noch einen ich hatte mal mehr ich hatte mal viel mehr pistens wo sind die alle hin wer hat die alle geklaut ich will die nicht alle noch mal neu machen so eine wasserpumpe habt ihr die irgendwo mal verbaut ich habe drei pisten für die bewässerungsanlage benötigt ach so du hast die genommen okay daran erklärt sich das warum die jetzt weg sind eigentlich auch mehr pistens einfach nehmen ja weil die kosten halt metall zwei und mit zwei kriegen wir glaube ich eher von denen jetzt nur noch zwei noch da sind weil hier jemand eine pumpe jetzt baut warum baut jetzt jemand hier eine pumpe weil ich eine pumpe brauche aber hier unten ist doch einer habe ich doch gesagt ja aus die da unten braucht man auch irgendwann ja kann man nicht mehr abbrechen oder ne lass doch die pumpe bauen ist doch okay ja ich brauche komponentkits dann geh und hol welche 1000 komponentkits und beschwerst dich wenn dann einer irgendwie zwei stück rausnimmt nein ich brauche fünf und da waren gerade fünf jetzt sind noch zwei da ja geh und hol doch welche weil jetzt mit den kanonen ist es jetzt nicht mal so schlimm die türme zu machen das sind ja immer ein paar ich kann unterwegs gleich auch noch ein paar mitbringen eine große truhe brauche ich nur das ist glaube ich gerade eher das problem jetzt müsste ich die baumaterial truhe mir klauen noch so viele truhen ist hier nicht eine davon leer die hier ist das ja ja gut ich wollte den ach stimmt die äußeren kann ich ja nehmen zumindest die obere hier ja hätte ich die obere genommen den chemikalientank kannst du auch noch mitnehmen ja aber kann auch zusätzlich mitnehmen oder mach ich den auch noch voll ja wenn er schon mal da ist wenn ich schon mal da bin kann ich auch richtig holen vielleicht zwei trugen mit mir noch die zweite pumpe mit dann geht das schneller jetzt brauchst du die pumpe nicht mehr abbauen dann muss ich wieder neu verbinden dann geht das doppelt so schnell ja ja auch eine truhe nehme ich noch mit wir brauchen unbedingt das metallauto die pumpen von der bewässerungsanlage theoretisch mitnehmen weil es ist jetzt gerade einmal bewässert oder nee es ist gerade nicht bewässert nee deswegen möchte ich die ungern mitnehmen man kann es ja jetzt immer bewässern erst gießen und dann pflanzen ja jetzt ist glaube ich egal ja eigentlich mache einmal truhen voll und tanks und was auch immer also ein vakuum pumpe müsste ja jetzt fertig ich habe vier chemikalien gefunden ja wir sind jetzt hier auf einmal drei bots ich werde dann diese nacht wahrscheinlich nicht zur verteidigung da sein wo sind denn hier noch kartoffeln in der kiste neben dem ding bei der pflanzstation und auf den türmen stehen auch jeweils vier kisten mit kartoffeln also vier vier kartoffeln eigentlich also vier fünfziger stäck ich bin mal auf dem weg zum chemiewerk chemikalien ja auch muss man komponentkits finden und nicht kraft bis die nächste angusswelle kommt also zwingen die entwickler ja ein das spiel zu spielen mhm schrecklich tschuldigung für lex ich habe eine kuh überfahren wie kannst du nur den panzer hast du jetzt auch wahrscheinlich mitgenommen ja den panzer genau den habe ich jetzt zum pumpen und das andere auto ist im bau also das andere das ganz andere das fliegt noch irgendwo das auto dessen name nicht genannt werden darf wir haben noch so einen käfigtypen hier oben liegen ja ich weiß ich weiß und der anhänger steht hier auch noch ja für den brauchen wir erstmal wieder ein auto mit einer anhängerkupplung wo war denn das chemiewerk hinter dem see ja aber nicht direkt hinter dem see aber da kommt ja erstmal der dude der händler jetzt gut es muss also ein stück weiter noch gewesen sein oder bin ich zu weit nee ich glaube das war hinter hinter auch mit kartoffel kann man gegen heyboards kämpfen ist so viel besser ja das macht so spaß man stirbt nicht immer halb ja kommt wo ein kind wenn du die abschießt dann hauen die einfach auch wenn die noch gar nicht an dir drin sind können wir ja nichts für dass die dumm sind was ist eigentlich mit denen passiert warum ist das so böse ich mache alles kaputt keine ahnung wenn nur sie dürfen sachen anbauen ja das war ja so ein farming planet nur dann sind die rober zwei irgendwann durchgedreht ja nochmal zwei jetzt habe ich fünf stück die sind nur für mich alles klar ich bring gleich auch noch welche mit schätze ich aufs gleich kisten wenn ich das chemiewerk wieder finde ja warum darf ich immer nur vier anderen was tanzen weil bei fünf tapebots ja echt die snipen uns weg ja oder wir snipen die weg die droppen natürlich vier component kits tun sie das noch nur batterien batterien und component kits also oder eins von beiden normalerweise weg ich hoffe ich finde das ich glaube ich bin viel zu weit für das chemiewerk aber katappeln gehen schon ordentlich drauf wenn man die ganze Zeit umballert jetzt habe ich noch weitere pflanzen noch ein bot vielen vielen hm das chemiewerk war doch eigentlich direkt hinter dem see ja hatte ich auch gedacht hinter dem see so hinter dem wüstengebiet oder was da war ja steppe wüste was auch immer ist das hier irgendwo wo habe ich kein chemie see nebenan ja das wäre ideal pumpe rein so i am back again zurück geh her das ist die station aber ne das ist doch eigentlich wir ziehen kam hier rein oder kommt das dann nach ja kann nur sein dass es danach erst kommt sunshake die will ich behalten so wie viele pistons brauche ich jetzt jetzt haben wir acht wie sollen wir jetzt auf einmal acht wieder also eine hatte ich tatsächlich noch im Inventar naja hat er wieder heimlich was reingelegt so das ist jetzt eins level zwei ist egal noch ein level zwei ok nee ich bin zu weit und oh Gott das leckt der der zwei ist der auf die seite war ein ganz 14 21 noch mal ein gas container oder zwei wir haben ganz viele und sind extrem schwer auch mal ein bisschen metall so ich schätze mal ihr bekommt das alleine verteidigt da bei euch ich hoffe das ist ja nicht so viel da aber ich wollte gerade die lenkung kräften ja ach oh hinterrad lenkung wenn nicht sein ansonsten geht das nicht schleifen die bohrer jetzt nicht auf den boden wenn man fährt also das ist wirklich knapp im besten glaube ich oder wenig boden abstand war es wird vorne komplett zusammengedrückt so wie das zusammen gedrückt wurde es gerade auf jeden fall das ist vorne etwas schwer ja ich glaube ich bin einfach viel zu weit schon gefahren jetzt habe ich genug ein controller brauche ich noch aber da haben wir hier welches sind stufe 1 der erreicht er muss zwei bearings drehen aber auch kein heftigen ein benzintank machst du weg da kommt ein motor hin darf ich mein controller auch da reinklatschen der motor braucht glaube ich nicht so viel platz ne ich brauche glaube ich zwei platz es müsste passen hier hier wir brauchen zwei oder max connections reached damals versuche ich nicht mal den anderen so gab es controller kann nur eine verbindung ach so ich dachte an den sitz dreck zumindest also das ist eine verbindung wie man damit wenn er verbindete macht ach toll so jetzt darf ich den controller um positionieren ich würde da nämlich gern den motor hinpacken dann kann der controller auf die andere seite mach wo ich alles kaputt dann kann ich das machen Ich muss den einen Motor da jetzt platzieren, der andere war da ja schon. Kann ich den Schalter da hinnehmen? Doch. Schalter hier dran, Schalter an Fahrersitz. So. Nochmal. So. Oh, warte mal, was für ein Level muss der Motor haben, um Irrings anzutreiben? So, warte mal, was für ein Level muss der Motor haben, um Irrings anzutreiben? Ich bin doch schon wieder falsch. Warum bist du die ganze Zeit? Keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach nur dumm. Ist auch okay. Ah, ich sehe sie in der Ferne.